Ich habe wirklich gedacht, dass er da 2 Sachen rein tun kann, Schabber. Äh, ach keine Ahnung. ME Crafting Journal. Da brauch ich ein Blätikopter, sondern da brauch ich ein Silikon, ein Death und ein Bloodstone. die Kuh und München auch und in der Kostung der Gäste nicht mehr um so was bräuchte was ich nicht ins Bordelchen wir vergessen was ich wollte auch so her Kropf aus der Stauberichtung die Stützbund wird fertig mit dem Dings das wir umsetzen und mannungsweise um gut und sie verboten herstellen und alles haben wir noch ob sie gehen Prozent er auch nicht erwischt was er kaputt gemacht die Mannschaft ja nicht nur endlich machen sollten mit ob sie dann ja man schätzt Nein, du kannst zum Beispiel hier eine Diamant-to-Crystal-Chest-Upgrade machen. Ja, und? Und da habe ich geguckt, ob das vielleicht kostengünstiger ist. Ja, ich weiß ja nicht, ob das dir was bringt. Oder wo du das reinstopfen musst, oder keine Ahnung. Noch Eisen, Glas. Was ist noch höher? Ist die Obsidian-Chest noch höher? Oh Gott. Na, nee. Die Obsidian-Chest ist, glaube ich, unter der Diamond-Chest, glaube ich. Aber in der Reihe nicht. Ach, keine Ahnung, muss ich mal nachschauen. Okay, ich kugel. Wie schreibt man denn die Crystal-Chest? Oh Gott. So, wie viel Speicher hat die denn? 108 Slots. So, und die Obsidian-Chest hat... So, und die Obsidian-Chest hat... So, und die Obsidian-Chest hat... Mehr Energie, los. Die hat genau das gleiche. Okay, was ich noch drüben bin... Die Ender-Chest. Okay, die kannst du nur auftreten. Alter, ich kann schon ausrasten. Was ist denn das da? Lock-Chest. Ach so, okay. Warte, ich versuch das doch jetzt einfach mal. Ich mach... Normal-Chest zu Copper-Chest, Normal-Chest zu Iron-Chest. So. Probier ich das doch einfach mal. So. So, dann brauch ich noch eine normale Kiste. Oh Gott. So, und wenn ich das dann so und so mache? So, und wenn ich das dann so und so mache? Redstone-Craft... Was glaubst du nicht? Für das ME-Terminal, oder was? Ja, also das heißt, viel ist ja nicht viel, nur... Der Assembly-Table... Seine Ender-Rate ist nur auf 3,99 MJ. Pro Tick. Und um so ein Redstone-Chip-Set herzustellen, brauche ich 40.000. Okay. Das heißt, du musst erst nur so viel... äh, 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 speichern. Und es dann, äh, herzustellen. Dann kriegst du auch immer nur eins davon raus. Okay, irgendwie gehen die Upgrades nicht. Nicht so, wie ich mir vorgestellt hab. Zumindest. Und unsere Baum haben noch ein paar Crystal-Chests. Können wir eigentlich irgendwie anders herstellen? Äh. Ich bin doch beschissen. Wie viele Diaz haben wir? Ein Quarz-Cutting-Live. Mach ich so, so und so. Mit dem Baum muss erst mal schnell sagen, wie weit ist das? Äh. Ja. Gold-Chests. Entweder so oder so. Und ich glaube, wir haben ein bisschen viel Silber. Und ich mit dem Cobalt-Chests und die Cobalt-Chests mach ich natürlich so. Äh, ist ein Adnögen. Ich brauch's der Felix. Wo? Wo? Und ein bisschen Silber. Nicht wahr? So. Und mein Menü. Warte nehm ich sie noch. Ich glaub ein bisschen von dem. Okay. Ich mach euch Gold, Redstone und Silikon. Ach ja. Ich bin schon relativ dumm, wenn ich mir nicht andere Rezepte anschaue, ne? Äh. Ja. Ähm. Sag mich dazu, bitte. Okay. Gold, dann außen wird's und dann kommt das. Gold. Da kommt das hin. Oben drunter das. Oben drüber das. What? Okay. Warum nicht? Das heißt, ich brauche mehr Quarz. Und mehr Gold. Äh, mehr Eisen, meine ich. Und ganz viele Stricks. Und dann... Was war ich noch? Co-Pair. Und zwar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? Das nervt ja. So, jetzt habe ich eine... Silver Chest und dafür brauche ich dann noch eine Gold Chest. Nein, die kann man nicht stacken. So. 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 Und. So. So, die kann man stecken. Das ist gut. So. Jetzt habe ich eine Gold... Warte, jetzt habe ich Gold Chests, gell? Okay. Perfekt. Ist das eine Smeltering? Jawoll. Kann ich das auch unten abbauen und dann passt das. Jetzt. Ah! Wenn ich die? Ja. Gott. Immer das, was ich von dir hin. Das sind mehr und weniger. Ah! Ah! Ah, okay, Gott. So. Jetzt haben wir Diamant Chests, so wie groß sind die. Sind die gleich groß? Ja. Na, 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 na. und die sind ja toll was soll ich da jetzt noch Quistel Chests draus machen egal scheiß drauf sieht besser aus ich hab kein Glas mehr ich hab mir kein Glas mehr wenn ich meine ich das dann mal hin unser manchmal wenn wir nun sind da die sind die Klaas User in your channel timed out Okay, Patty hat sein Time Out Das ist jetzt aber egal, wir sind ja hier eh gerade beschäftigt Das heißt, wir machen hier noch ganz kurz unsere Crystal Chests fertig Dann wird Patty auch wieder da sein So, drei Stück noch Oh, da liegen die Sachen, die wir jetzt wieder aufsammeln Alles klar Ups Ich weiß nicht, ich glaube in meiner Aufnahme hört man mein Mausklicken immer so extrem Ahm Siehst du, Patty geht zurück Ja Ja Ist dein Inneren immer wieder abgekackt Ja Oh Ich glaube, es kackt immer noch ab Weil ich verstehe die schon wieder nicht mehr So Golden Transport Type Ja 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 Ja